In diesem Video teste ich von Natural Pam die dunkle Schokolade mit einem Kakaoanteil von 70%. Die Schokolade duftet super intensiv, genauso wie man es von den 70% Schokotafeln kennt. Die Optik ist auch nicht wirklich anders wie bei den zuckerlastigen Tafeln. Und auch vom Geschmack her merkt man absolut keinen Unterschied. Auch hier bekommt man einen sehr kräftig und intensiven schokoladigen Geschmack geboten. Dadurch, dass der Kakaoanteil sehr hoch ist, ist die gesamte Schokolade überhaupt nicht süß, gleichzeitig aber auch gar nicht bitter. Von meiner Seite her eine absolute Empfehlung an alle, die gerne einen intensiven schokoladigen Geschmack mögen.